Sie sind zu spät. Kommen Sie, ich verliere das Jahres. Ja, vor zehn Jahren. Kommt einem vor wie acht, oder? Wie Sie wissen, hat die Wilkinson High seit mehreren Jahren ein Haushaltsdefizit. Wir streichen alle nicht-lehrplanmäßigen Aktivitäten. Alle lassen die Kids im Stich. Wieso bringen wir das Geld nicht auf? Oh, und wer will das tun? Wir. Wie lautet der Plan? Ich muss mir was überlegen. Ja, gleich, nachdem wir das hier gesehen haben. Unglaublich, dass er für diese Vorstellung zehn Riesen bekommt. Aber er hat verloren. Hätte er gewonnen, wären es 50 gewesen. Ich will Mixed Martial Arts kämpfen. Das ist verrückt. Wissen Sie überhaupt, wie das geht? Nein, nein, weiß ich nicht. Sie sind leer, Scott. Sollten wir jemanden anrufen? Sie wollen Kämpfer sein? Fangen Sie im Käfig an. Ist das ein Huhn? Das ist unterstes Niveau. Sie werden in die Fußstapfen dieser großartigen Kämpfer treten und die Herzen ihrer Gegner mit Furcht erfüllen. Du hast dir die Schulter ausgerenkt. Du musst mir helfen. Bereit? Das wollte ich schon immer mal ausprobieren. Ausprobieren? Wie meinst du, das hast du... Wissen Sie was? Sie werden gar nichts kürzen. Das hier ist die erste Rate. Auszeit! Was für eine Auszeit! Auszeit? Dir gibt's keine Auszeit, klar? Sie werden im Badeanzug verprügelt. Damit demütigen Sie die Schule. Ich meine, wenn du das nicht machst, wird sich nie was ändern. Du inspirierst deine Schüler, wie ich sehe. Also gut, einigen wir uns auf Folgendes. Derrick war's. Ach, das kriegst du zurück. Komm schon, Leute, wir machen hier alles dreckig. Ich glaub nicht, dass ich es geschafft habe. Sie können auf der Stelle aufgeben und alles, wofür wir gearbeitet haben, wird bereits erreicht sein. Unsere Schüler, sie sind inspiriert. Hey Mann, das war ein toller Kampf. Tut mir so leid. Wenn ich den Ball versenke, in diesen Korb, kommst du dann zu mir zum Essen? Klar. Nein, das ist geschummelt. Hab ich getroffen?